Diese Bearbeitung wirft Fragen auf. Das Drama rund um Iris Klein, ihren Mann Peter und Schauspielerin Yvonne Wölke reißt nicht ab. Die einstige Kampf der Reality-Stars-Kandidatin warf ihrem Partner vor, eine Affäre mit der Pastewka-Bekanntheit zu haben. Seitdem schießen die Beteiligten immer wieder gegen. Vor wenigen Stunden teilte Yvonne dann ein Bild, auf dem sie die zweite Person zuvor unkenntlich gemacht hatte. Bei genauerem Hinsehen erkennt man jedoch den Dschungel-Camp-Star Dr. Bob. Warum zeigt Yvonne ihn auf dem Pick nicht? Yvonne und Peter waren dieses Jahr die Dschungel-Begleitungen für Lukas Kordales und Jamila Rove. Während der Zeit soll auch was zwischen ihnen gelaufen sein. Als die Blondine dann vor wenigen Stunden den kuriosen Schnappschuss postete, fragten sich User, ob es sich dabei um ein Foto mit Iris Mann handeln könnte. Es ist definitiv Dr. Bob, heißt es unter einem Promi-Flash-Beitrag auf Instagram. Aber wieso retuschierte sie den Publikumsliebling weg? Einige Fans haben sie billig und provokant. Hauptsache man bleibt im Gespräch. Oder es wird immer lächerlicher. Das ist nur noch zum Fremdschämen. Will die ernsthaft, dass man denkt, es wäre Peter auf dem Foto. Und warum muss man ein harmloses Foto retuschieren? Betonen zahlreiche Nutzer auf Social Media. Somit meinen einige, dass Yvonne mit dieser Aktion noch mehr Aufmerksamkeit während des Dramas generieren wollte. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.